Heute ist die Zeit gekommen, das Spiel der Spiele zu verlosen. Arkham Horror wird einen neuen Besitzer finden. Dazu brauche ich meinen Assistenten Kai. Kai, reich mir die Lose. Danke Kai. Jetzt fülle ich dieses Säckchen lose in die Los-Trommel, in die Los-Dose, Dose-Lose. Spannung. Spannung. Der Gewinner lautet Arno van Maak, einer unserer YouTube-Abonnenten. Arno, melde dich einfach in der nächsten Woche bei uns, gib uns deine Adresse und wir schicken dir unser Ansichtsexemplar von Arkham Horror zu. Herzlichen Glückwunsch.